Ja, Bruder, was gibt's eigentlich? Ey, Bro, ich brauch deine Hilfe. Aha, okay. Ja, Arthur war mit Arna alleine Burger essen. Niemals. Erzähl, laber. Ja, Digga, und die anderen sind auch voll komisch drauf. Bruder, ne, find ich ähnlich nicht korrekt, Digga. Dann lass die Disse, lass die Disse. Haben sie nicht anders verdient. Ja, selbst. Ja, okay. Dann, hau rein. Was ist das? Ich weiß nicht. Na? Ist das nicht Elias? Nein, ist das nicht. Ist ja doof. Wir müssen mal näher ran, oder? Nein, 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 das geht er. Dann fragen wir ihn einfach. Oder ist er weg? Ja, super. Freunde, wir sind jetzt bei Berlin Lights. Ja, schaut euch erst mal das an. Sieht cool aus, ne? Aber dann schaut euch mal das an, Alter. Hotel der Raum. Und wisst ihr was? Wir werden gleich da oben schillen. Heute mit dabei ist... Genau. Dann schau Alarm an. ALO ALARM! Geistesgang, Leute. Ja, wir gehen da gleich rein. Das wird crazy. Schaut euch mal den Fisch an. Den werden wir heute verspeisen. Nein, natürlich nicht. Ja, das würde uns ein Vermögen kosten. Eine halbe Niere wahrscheinlich auch. Hallo, Amon. Was? Schon so lange, Alter. Das ist voll laut, oder? 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 Wie meine Mutter. Ey. Wir gehen jetzt raus. Ich will nicht so laut sein, weil hier sind völlig kalt kleinste Leute. Aber schalte euch das mal an. Okay. Cool. Wir sind fertig. Und wir gehen jetzt schön raus ins Berlin Lights. Und ihr werdet jetzt sehen, wie geisteskrank das ist. Ja, das war's. Das ist Berlin Lights. Gar nicht mal so krass wie das tut. Moin. Malo. Was wird heute gemacht? Mein Bester. Heute wird ich schuchten. Ja, 20. Ja, ja, ja. Versteht ihr, was ich meine? Heute? Gym-Sachen sind wieder da. Seine Gym-Sachen sind wieder da. Was hast du dir gegönnt? Milch, Milch, Schoko? Für den extra Protein Kick? Geil, Leute. Auf der Fall heute ist Push dran. Mit dem lieben Malo. Ich werde euch wieder mitnehmen. Schaut euch mal meine Haare an. Schrecklich. So Malo, was ist die erste Übung, die wir heute machen werden? Schulterhitten. Was ist das genau für die Übung? Ja, kein Problem. So, das ist die Übung, die Malo meinte. Malo ist am Machen. 15 Kilo. Ne, sogar mehr. 20 Kilo. Auf allen Dingen. Schaut drücken, ist das vorbei? Ne, seitheben ist jetzt vorbei. Jetzt geht's in? Jetzt geht's in Puff. Jetzt geht's in Puff. Mach mal mehr. So, das war viel. Jetzt ist erstmal Malo dran. Malo, wie machst du? Machst du genau das Gleiche? Ja. Ne, das war voll viel für mich. Ich hab' ich mal weniger. Okay. Rostpresse ist fertig mit Malo. War crazy. Rostpump ist da. 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 Jetzt gehen wir zur Butter-Trainer-Maschine. Und hier wird auch wieder schön schwer gemacht. Schön hart trainiert. Wissen Sie was das Ding ist bei Malo? Als Trainingspartner? Der macht erstmal lange Pausen, was ja fein ist. Aber in diesen Pausen, wissen Sie was Hammer? Wir sind jetzt fertig mit John Reed. Mal los fertig. Wie war das Workout heute? Das ist mein Virtue. Mal gut. Geil. Leute, es geht heute los. Es ist gerade... Oh! Es ist gerade 14.37 Uhr. Wir treffen uns um 16 Uhr bei Arne und fahren dann zu seinen Anwesen oben im Norden Deutschlands. Ihr seht schon meine Blaulicht-Schutzbrille. Ihr seht euch sogar. Hayudo, baby! Gleich switchen wir zur Szene, wo ich dann losgehe. Machen wir kurz mal den YouTube-Cut. 1... 3... 2... Endlich! Meine outfit of the day. Ich weiß nicht, wer mich gut sieht. Schiller-Mitze, Kopfhörer, Turtleneck. Ihr seht gar nichts. Neigschuhe, Jeans, weißes T-Shirt und noch Turtleneck. Jetzt geht es los, lieber Schmidt. Wir gehen zu Arne jetzt sofort. Um 16 Uhr. Ich fahre mit der Ruhe. Arne bin ich geisteskrank. Richtig geil. Der nächste Cut werden wir wahrscheinlich beim Einkauf sein. Alles klar, Fahres. Wir haben Fahres den Allerechten getroffen. Fahres, zeig mal, was du eingekauft hast. Gerade mit Cedric habe ich mich dafür entschieden. Räurig habe ich noch nie gut getrunken. Aber bei AST macht man nie was falsch. Vorher habe ich Salat gekauft. Burger-Patties. Wir haben uns Hackfleisch geholt. Ich auch. Wie ihr seht, ich habe Burger-Patties. Da unten ist das Hackfleisch. Da habe ich noch so ein Apfel-Ding hier geholt. Burger-Soße American. Vier Eier, weil ich habe nur zwei. Und natürlich auch Butter-Toast, weil für den Morgen, ja, als Frühstück. Aber heute Abend machen wir uns richtig geil Burger-Patties zusammen mit Luke. Hast du Bock? Auf jeden Fall. Hast du einen fetten Arsch? Alles gut bei dir? Ist voll im Rat. Ja. Wie geht's hier, Bro? Wie geht's hier, Bro? Wie geht's hier, Bro? Wie geht's hier, Bro? Ich halte diesen Player. Hey, Bro. Ey, wir werden heute noch Schach spielen, ja? Ist das gut, oder? Okay, Leute. Ich habe meine Sachen. Ja. Hier sind die Sachen. Es geht jetzt los. Wir gehen jetzt zum Auto von Paul. Paul, wo ist dein Auto? Da hinten, Flo. Da hier. Jetzt zeig euch hin. Und da geht's los. Los geht's. Los geht's.